Es passt einfach nicht! Es passt nicht! Ah! Ne! Mein Fehler! Mirko! Mirko! Irgendwas! Wir müssen uns unterhalten über unsere Beziehung! Das kannst du nicht mehr weitergeben! It's a story about a little girl that lives in the blue world And all day and all night everything is easy just blue like him inside and outside Through his house with a blue little window And a blue for a red and everything is blue for him and himself And everybody around the city got nobody to listen Scheiße! Although I... A服... 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 Nein, Milchor. Du musst mich erst zum Essen einladen. Fertige Diskussion. Ja, fertig. Azt. Was Azt im Leon? Junge, Zähler und Haut einfach nichts mit. Keine Nachricht. Dankeschön. Junge, ich küsse deinen Intimbereich. Aber nächstes Mal schreib mir bitte eine Nachricht. Ich weiß nicht so. Bitte schreib mir eine Nachricht. Danke. Danke. Den Diss vom Hater. Ehrlich gesagt, nein. Nein, schwarze Peitsche, 95. Danke für den Euro. Du willst tippen sehen. Auf gar keinen Fall. Wo ist das? Der Hater. Hannemil Pfander. Dankeschön. Das war keine Lasagne. Das war, äh, das war Dings. Das war, äh, das war Indisch. Uhu. Dankeschön. An Silvester gibt's einen leckeren, äh, einen leckeren Racklitz-Bien. Ich will das jetzt wissen. Nee. Das hier vor zwei Tagen, oder was? Was, äh, meint ihr denn jetzt? Mirko, dankeschön, aber, nein. Was ist denn? Leute, bei World Wide Wohnzimmer. Das hier, oder was? Hi, das ist der Haider. Das ist der Klängern. Sagen wir nochmal. Nee, das war mit Absicht. Ach so. Hi, das ist der Haider. Nee, das ist der Klängern. Und ab morgen seht ihr hier den Jahresrückblick von den Twins. Best of YouTube. Ja, 17 Uhr, einschalten. Wir sind übrigens auch dabei. Ja, ab und zu. Herzlich willkommen, am besten Dienstag in der Woche. Und was ist damit jetzt? Herzlich willkommen zur erotischsten Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zu World Wide Wohnzimmer mit Dennis und... Ich lieb die zwei. Axel, Leon, Jugo, dankeschön. Dankeschön. Danke. Ja, du verbündst mein Gott mit feinstem, äh, Geld. Dankeschön, äh. Aber was, was, was soll ich damit anfangen jetzt hier? Benni Wolter. La, 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 dankeschön. Liebe Freunde, jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Heute wird's ganz besonders schön. Bleibt dran. Heute ein bisschen legerer. Ich hab den Anzug im Schrank gelassen. Heute werden wir mit unseren Jungs wichteln. Wir haben ganz besondere Themen. Wir werden wieder hetzen. Wir werden lachen. Ich würd sagen, ich fang mit der Woche an. Und der kommt diesmal von Jan. Du musst mich erst zum Essen einladen. Und ich will, dass ihr eure korrupten Methoden bei der Auswahl des Kommentars der Woche offen... Am Ende? Was habt ihr zu Weihnachten bekommen und was wünscht ihr euch? Und was sagt ihr zu den einzelnen Geschenken? Wollt ihr eine unterschriebene Autogrammkarte von Lukas Winkelhase? Und geht ja auf seine Tour im nächsten Jahr. Zu Weihnachten waren gleich. Und ihr wart gleich. Übrigens war's, oder? Aber dann waren wir ja auch wieder gleich, ne? Wir waren gleich. Dann haben nur wir getauscht. Wir zwei angetauscht. Ja, liebe Freunde. Schreibt in die Kommentare. Was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Und was wünscht ihr euch? Und was sagt ihr zu den einzelnen Geschenken? Wollt ihr eine unterschriebene Autogrammkarte? Ihr verarscht mich alle. Ihr verarscht mich gerade. Ihr verarscht mich doch alle. Ne, wisst ihr, ich hab echt gedacht, wir haben eine richtig schöne Beziehung aufgebaut. Ja, äh, mittlerweile. Und dann verarscht ihr mich wieder. Ja, ich find's nicht in Ordnung. Ja, ich muss jetzt erstmal hier eine rauchen. Das... Das Teil 2... Was für ein Teil 2? Was ist denn Teil 2? Das neueste Video von World Wide Wohnzimmer ist das da. Das hier, das haben wir gerade geguckt. Dieses Video hier. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber... Das... Das haben wir geguckt. Ich verstehe das nicht. Ihr wollt mich doch... Ich freu mich gerade. Liebe Funk-Fans und Freunde dieser... Danke schön. Aber gerade nicht, weil... Am Ende... Was am Ende? Meld dich gerne mal. Erklär mir das, weil... Um sowas zu machen, weil... Spenden teilweise... Ich mag Excel. Unge hat auch so einen Excel-Hype jetzt gesehen. Oh! Oh! Das ist... Oh! Das ist... Das ist ein Thema. Ja, das ist... Sorry, Leute. Wir müssen ganz kurz dieses wunderschöne Aufbauen unterbrechen. Das ist ein Thema, das ich gerne jetzt hören würde. Ja? Das will ich jetzt hören. Aber da bin ich aber... Da bin ich aber... Aber gespannt hier. Ja? Ja, stimmt. Genau. Dann sagt er zu Excel... Mahlzeit! Ist er nicht immer betrunken in so einem Stream? Mittlerweile nicht mehr. Der hat nämlich Leberprobleme. Der war beim Arzt. Ist der nicht immer betrunken, ne? In seinen Streams. Ja, und du hast, wenn du streamst, immer deine Brille auf, oder was? Das war ein dober Vergleich, weil du brauchst deine Brille. Aber, nee. Und die haben jetzt Lechich gesagt, hey, hör auf zu trinken. Das wird sonst... Unter anderem. Oh, eine große Überraschung dieses Jahr. Oh, der Herr Medizinstudent. Ja? Medizinstudium 95. Ja? Du siehst aus wie ein BWL-Student. Aber Unge hat es so ein bisschen ihm angenommen. Also, ich habe das Gefühl, Unge hat sich auch... Lecky, danke. Ich habe keine Gurke da. Du hast den Excel-Hype jetzt gesehen. Ja, ja. Und klemmt sich jetzt ein bisschen in den Excel und da kommt ziemlich viel aktuell. Der wirkt immer ganz nett eigentlich, aber mein Fall ist das irgendwie nicht von Content. Ich mag Excel gar nicht. Wieso magst du ihn nicht? Excel ist der einzige YouTuber, von dem ich wirklich sage, ist für mich gestorben. Echt? Wieso? Weil Leo Marscher, ApoRed und so weiter, es ist so eine Sache, die kann man halt dann auf gewisse Weise verarschen. Und manche Dinge sind nicht cool. Excel war derjenige, der... Vielleicht ist er jetzt auch anders. Excel, wenn du das siehst, melde dich gerne mal. Bei mir würde mich nicht tatsächlich interessieren. Der hat, bevor dieser Hype kam, also noch so ein Klein-Tanz-Verbot quasi war, hat er auf Twitter sich über Friendly Fire hochpushen wollen und hat gesagt, wir müssen Spenden teilweise selber mit reinbringen, damit wir uns irgendwie hochbringen und so. Und ich habe gesagt, dass es halt nicht okay ist, um eine Charity-Aktion sowas zu machen, weil das ist nicht so. Danke, Benni. Und Panoda hat sich dann eingemischt und hat gesagt, don't feed the trolls. Und dann kam irgendwie, ach, die hübsche Frau persönlich, danke für den Push. Und über eine Charity-Aktion sowas zu bringen, also einen Push zu haben, fand ich echt, Asi. Also wie gesagt, ich bin... Leute, was? Sally? Dankeschön, Sally. Dann musst du dir zurechtweisen. Leute, ich habe damals auf Twitter, ist mir das richtig auf den Sack gegangen, dass diese ganzen Schönlinge hier, ihr... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ja. Ich bin immer skeptisch. Ich bin Pessimist. Ich bin Skeptiker, ja. Wenn jetzt zu mir einer kommt und sagt, boah, Tobi, oder boah, Exel, wenn du hier unterschreibst, dann kriegst du von mir 10.000 Euro auf die Hand, dann bin ich skeptisch, ja. Ich muss einfach das hinterfragen. Ich bin ein Mensch, ich bin einfach pessimistisch und skeptisch. Ich muss alles hinterfragen. Und so habe ich auch das hinterfragt. Ja, und irgendwann sind die dann alle auf mich losgegangen, weil ich das hinterfragt hatte, warum da so eine riesige Menge an Geld zusammenkommt. Da habe ich das hinterfragt und das ist mein gutes Recht, als Konsument, der ich damals war, war das mein gutes Recht, das zu hinterfragen und zu sagen, hey, ich möchte wissen, was steckt dahinter. Vielleicht ist das ja so und so. Ja, oder vielleicht ist das ja das und das. Und vielleicht so und so. Ja, und dann sind die alle auf mich draufgegangen und der eine hat irgendwas gelabert von wegen, oh, don't feed the droils, der braucht nur noch einen Push, ja. Das hat mir nichts gebracht. Das hat mir nichts gebracht, ja. Aber das war auch gar nicht der Grund, warum ich das geschrieben hatte. Sondern einfach nur, weil ich meine Gedanken teilen möchte. Und einfach mal irgendwie so eine Skepsis, ja. Ich bin ein Skeptiker, ja. Und da hat irgendeiner dann gemeint, oh, don't feed the droil, der will sich doch mal hochpushen. Und da habe ich halt geschrieben, ja, hat mir richtig viel gebracht, danke für den Push, ne. Auf diese ironische Art und Weise, oder wie das heißt. Oder wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall Ironie oder sowas. Ja, und dass er das dann für bare Münze nimmt, das hätte ich von ihm nicht erwartet, weil er sieht echt aus wie ein Student. Hier schön Lederarmbändchen, ja, schön die Beine überkreuz. Ein bisschen mehr Intelligenz hätte ich echt von ihm erwartet. Ja, aber keine Ahnung, kann es ja nicht jedem recht machen. So. Dass er dann direkt, Junge, ich habe irgendwie einen Schnackenstich oder sowas, ja. Sarkasmus 95, genau. Sarkasmus war es. Es war, es hieß Sarkasmus, genau. I, T, L, T, G. Dankeschön, das war Euro. Ne, wirklich, also keine Ahnung. Und dass er das dann wirklich so als barem, ich werde morgen erstmal Ansagevideo raushauen, ja. Muss mich ja auch für den Pusch bedanken. Ach, Leute, ich lücke es am Rücken irgendwie. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Irgendwas ist hier... Was ganz komisches. Die Melone. Dankeschön, oh, Junge, was ist das denn? Ne, ich möchte nicht, dass man so von mir denkt. Ich möchte nicht, dass man so von mir denkt. Das geht mir nämlich auf den Sack. Das geht mir nämlich wirklich auf den Sack, dass diese Leute sowas denken und sowas verbreiten, weil das nicht so war. Hallo, Kall. Dankeschön, Keri, oh, für dein VIP. Junge, irgendwas juckt dann hier. Ja. Der wird auf jeden Fall geträgt. Fabian, ich grüße Pascal, den Hund. Dankeschön, auf jeden Fall. Ne, ich lasse das nicht auf mir sitzen. Ich lasse mich nicht unterdrücken. Ohne Witz, ich lasse das nicht auf mir sitzen. Ich muss mich dazu äußern. Ich muss mich dazu äußern. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass so etwas verbreitet wird. Das kann nicht sein. Ja, wirklich, also ich raste aus. Das kann nicht sein. Nee, ich lasse das nicht auf mir sitzen. Es reicht. Mr. MX Crash, danke schön auf jeden Fall. Junge, was ist das hier für eine Schresse, die auf einmal hier juckt? Nee, so ein dreckiger Mensch, wirklich. Also ich hasse ihn ab jetzt. Hab ihr, ich hasse ihn ab jetzt. Ne? Keine Gnade. Ich werde ihn vernichten. Ich werde ihn vernichten. Ich werde ihn zerstören. Ich werde ihn, ich werde ihn zerstören. Ich werde ihn vernichten. Ich werde ihn ganz sachlich, ich werde ihn sachlich vernichten. Ich werde dich ausrasten. Ich werde auch nicht aus. Ich werde ihn sachlich vernichten. Ich werde ihn sachlich vernichten. Ja? Ich werde ihn sachlich vernichten. ich lasse mir das nicht gefallen ja, dass hier einer kommt ja oh ja, und, und, ah nein, ich lasse mir das nicht mehr gefallen ich lasse mir nichts mehr gefallen ich hab mir immer alles gefallen lassen mach ich jetzt nicht mehr Antje Zock, Dankeschön, das wünsche ich dir auch aber es ist ja noch lange nicht der 31ste Dankeschön, wir haben noch Zeit, Freund wir haben noch Zeit ruhige dich ich werde ihn vernichten ich hab mir immer alles gefallen lassen ich hab immer den Mund gehalten ich hab immer den Mund gehalten ich hab immer alles machen lassen mit mir und hab mir immer alles gefallen lassen aber damit ist jetzt Schluss wenn hier einer schießt dann fang ich die Kugel und werf die zurück oh, wow oh, die Vengaboys nein, wirklich ich werde ihn vernichten Fabian, bald bestimmt bald ja, spätestens hier Neujahr mit Max und sowas so, jetzt haben wir hier das da das da kommt noch nie hier und noch da Ne wo kommt das denn hin? Dreckige Josh ist das da komplizierte Scheiße ah, der Lisek ist wieder da der Polacke äh, der nette Osteuropäer How are you, my Polac-Friend? äh, are you very good? I hope you're very good die Scheiße passt hier nicht rein war's da, Deluxe dankeschön ja, warte mal oh, der Kack passt hier nicht rein Junge was ist das für ein Dreck? das passt hier gar nicht rein das passt hier gar nicht rein oh, Kacke geht alles kaputt es geht alles kaputt drück doch den Scheiß jetzt hier rein dreckiges Stück Scheiße nein fuck dankeschön ich wünsch dir das ich wünsch das jede aber hier ist doch alles kacke gerade Fabian oh ja, ich arbeite dran kacke es ist hier alles äh, verrutscht kacke es ist alles verrutscht jetzt oh, scheiß die Wand an, Mann wer baut da so'n Dreck? das ist enger als ja, das sag ich jetzt nicht aber es ist ultra eng das passt doch hier hinten und vorne nicht rein das ist falsch hä, was? Kai, ich hab die E-Mail gelesen das ist aber falsch hä, ich hab alles falsch gebaut Merlin, danke es ist alles falsch ja, schnitt Danke, aber ich kann das nicht mehr hören. Oh, es ist alles falsch. Jonas, ich grüße deinen Freund Mello. Ja, aber David, danke schön. Ich mache das nicht auf Insta, weil das bringt doch alles nichts. Oh, ich habe es falsch gebaut. Ich habe es eine Ebene zu tief. Das kann doch gar nicht passen. Da stimmt was nicht. Welcher Chinese hat das denn entworfen? Welcher Dreckstudent hat das bitte entworfen in China? Manchmal habe ich das Gefühl, die bauen ihren Scheiß selber selbst auf. Dass sie das einfach irgendwie machen und dann duckt die das nicht, ob das passt oder nicht. Ist doch alles kacke, hier passt gar nichts. Ja, hier ist alles... Ich grüße dich und packe ein Dankeschön. Ich grüße dich und packe ein Dankeschön. Ich grüße dich und packe ein Dankeschön. Ich grüße dich. Bis zum nächsten Mal.